Oh, okay, ich geh ja schon, ich geh ja schon, ich hab's gestorben. Okay, wir haben die drei sie noch nicht. Alter, ey, das war aber grad heftig. Uff. Sag mal, steht draußen und nötig, falls ich soll was machen? Geh selber rein. Ich war doch die ganze Zeit hier. Ja, na klar, hab ich das auch gesagt. Ich hab nur kurz geguckt, ob wir schon durch sind. Der hat mich ganz aggressiv angehaut, ja? Oh, ich bin bei 14, du musst tatsächlich noch ein bisschen machen. Ja. Du kriegst die auf 10. Du kriegst die auf 10. Tja, äh, was ist denn da los? Ich hab auf jeden Fall unter 25 jetzt. Ja, cool. Scheiß. Bist du jetzt tot? Nein, nein. Aber es geht auch kurz so handen. Gerade als sie in meinen Raum gekommen ist, alles gut. Äh, du bist schon ein bisschen tot, ne? Ähm, okay, gut. Ich bin, nein, überhaupt nicht. Nee, auch nicht, das... Ja, der verbleibt ist unsicher, aber das wird schon passen. Ja, dann fahr ich jetzt, das war doch schön. Ja, ich bin da, kannst fahren. So, liebe Kinder, wir fahren jetzt. Ähm...